Okay, dann machen wir nochmal einen Reißverschluss auf. So. Huch, der ist aber klein. Wieso klein? Hallo? Fünf Zentimeter. So ein ganz klein bisschen. Also, für mich schon? Ich weiß nicht. Ziemlich klein. Also, nee. Aber vielleicht kann man daraus was machen. Ich mach mal Streifen. Ja, das ist einfach krass. 7,5 Zentimeter. Ja, ja, das gibt es mir. Und wo ist das? Ähm, ähm... Du meinst wohl... Leitmittel? Ja, 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 ja. Und steck ihn rein. Und... 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 Keine Ahnung. Und... Und...